Moin Moin und du halt mal den Rand mein Name ist Heinrich der Löwe wisst ihr ja, ihr seid ja auf meinem Kanal das soll hier eine Kanal-Info für euch werden weil die nächsten Wochen bin ich leider im Sommerurlaub quasi ja, lass mich ein bisschen bräunen, ein bisschen verkokeln bin ich nicht derjenige, der braun wird meistens werde ich rot, pelmig und dann bin ich wieder blass darum fahre ich auch in den Süden um Urlaub zu machen außerdem ist es ja hier eh schon scheiße warm genug naja, das Video soll ich nur mal kurze Infos geben, quasi was mit meinem Kanal gerade so noch passieren wird also das, was wir gerade im Hintergrund sehen gerade ist Space Marine Deathwing das hatte ich eigentlich Anfang des Jahres gespielt, wollte es immer mal rausbringen hab's aber immer wieder verschoben weil ich nicht so viele Sachen parallel neben, ja, laufen lassen möchte ähm ich find's auch mittlerweile ist es besser wenn man sich auf ein, zwei Spiele maximal konzentriert ähm, die dann durchsuchtet wenn's viele, wie ich's eine Zeit lang hatte drei, vier es ist schon echt hammerhart für mich dann nach der Arbeit das alles durchzusuchten und dann auch, ähm, ja zu veröffentlichen, zu bearbeiten ist doch ein bisschen viel Arbeit immer so ein, zwei, zwei Spiele zwei Spiele sind eigentlich gut zwei Spiele sind gut, ja ähm, Seven Days kommt weiter weil wir da gut, äh, Folgen vorproduziert haben kann sogar sein, dass das Ende auch schon mit dabei ist, ähm, weil wir wollten ja so die letzte Blutrote Nacht machen das ist Tag 99 vielleicht machen wir auch Tag 100 nochmal aber ich glaube, wir sprengen alles in Tag 99 weg was wir an explosives Material haben wird weggehauen hoffentlich kommen genug Zombies die wir, ähm, ja explodieren lassen können ähm ja genau, also Seven Days kommt noch weiter wenn ich nicht da bin und halt Space Marine Deathwing ähm, Space Marine Deathwing wird auch irgendwie, glaube ich, so 12, 15 Folgen haben ich lasse sie alle zwei Tage rauskommen ähm, dass ihr quasi im Sommer noch auf meinem Kanal trotzdem noch was zum Gucken habt das Neues jetzt, das Spiel ist schon ein paar Jahre älter kam, glaube ich nee, so alt ist es auch nicht warte mal kam das raus also ich glaube, vor ein, zwei Jahren kam es raus ne, ich hab's nicht mitgekriegt muss ich ehrlich gestehen ähm, ich hab aber sag ich mal es ist ja dasselbe wie, äh, Space Hulk, ne für die Leute die Space Hulk Tactics zu langweilig fanden quasi ähm, für die wird das ja eher was sein weil das hier so quasi man, ja wie wir gerade die Ansicht haben wir sind ein Space Marine quasi und schlachten uns ähm ja, durch die Tyraniden durch ja nicht alle Tyraniden Carnifexer und so sind nicht dabei Symbionten Jeans-Dealer halt, ne und hier auch dieser Jeans-Dealer-Cult oder College ähm gegen die werden hauptsächlich gekämpft aber viele unterschiedliche Gegner finde ich cool auch, ähm Gegner quasi die jetzt erst vor ein paar Jahren als Modell rausgekommen sind ja mir hat's Spaß gemacht hatte ein paar Momente gehabt wo ich fast am Ausrasten war aber es gibt meistens bei solchen Spielen immer so ein paar Punkte wo man nicht so gleich weiterkommt und das regt mich manchmal sehr, sehr auf naja gut ähm tja nach dem Urlaub wäre nochmal ein interessanter Punkt nach dem Urlaub ja mal gucken 7 Days ob das dann beendet ist wenn nicht machen wir da noch die letzten 7 Days Videos und dann überlegen wir also ich und Mathilde was wir dann zusammen weitermachen das wird entweder Project Zomboid sein oder Conan da gab's ja auch so ein MMO äh das hatten wir auch mal vor ein paar vor einem Jahr gespielt hat auch Spaß gemacht die haben's auch weiterentwickelt quasi ich weiß noch nicht was alles dazugekommen ist ähm ja eins von beiden werden wir mal spielen mal gucken ich hab jetzt auch gerade hier auf dem Schirm ob die nächsten Monate noch was Tolles rauskommt was man spielen könnte Doom vielleicht Doom Doom aus dem Jahre 2016 hat mir ja mega viel Spaß gemacht die Metal Musik und dann dieser schnelle Spielfluss und das schöne Gemetzel ja ich glaube das könnte ich euch nochmal zeigen das hat Laune gemacht ich hoffe der neue Teil macht genauso Laune ansonsten fällt mir gerade kein weiteres Spiel ein was demnächst rauskommt ähm ja gut mehr fällt mir auch gerade nicht ein was ich noch erzählen kann ich will das Video jetzt auch nicht so ewig lang machen es soll wie gesagt nur kurze Informationen sein wie es demnächst weiter geht ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß auf meinem Kanal lasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar da ansonsten genießt die Sonne genießt den Sommer trinkt ein kühltes Bier wenn ihr kein Bier trinken dürft trinken äh ist ein Eis ansonsten haucht rein bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal Vielen Dank.